Das sieht witzig, auch wie so eine Regenwolke, als würde man diese insinuieren. Die Regenwolke, die wir in der Nähe haben, die wir in der Nähe haben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, aber mit dem Handy kann man das nicht auch haben, dass wir jetzt nicht mehr im Nachhinein sind. Ja, voll. Das ist genauso wie bei den Patienten, dass man das auch nicht braucht. Das guckt man sich im Nachhinein so nicht mehr. Aber eigentlich geht es nicht. Ich habe eben schon viel Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, dass es keine Ahnung ist. Ich habe hier auch noch... Ich habe hier auch noch einen Armenstaff. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020